Hallo und herzlich willkommen bei RedLogCamping. Ich bin heute wieder auf dir nach ein Ticket und heute habe ich das Spiel 8xPull. Viel Spaß! So, ich habe vorhin vergessen aufzunehmen, deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ein bisschen laut noch. So. Okay. Also, ich habe ja dieses Spiel hier. Das war 8xPull Billard. Und wenn wir jetzt ganz schnell mal ein, zwei Runden spielen. Oh, in 48, 48, 58 Minuten ist das fertig. Auch schön. So. Oh, Level 2. Nice. So, so, so. So, hier, da. Okay. 30 Punkte habe ich schon. Wer fängt an? Oder sie? Zumindest der Gast. Habe ich kein Taschentuch hier. Mist. Ich habe mal kurz Taschentuch. hier. Ich bin dran. Ich bin wieder da bei dir. ich bin dran okay ich habe die volle dann würde ich die da oben einlocken dann werde ich die lilanen da einlochen da hatte ich jetzt so geklappt, egal Dankeschön ach ja, er hat hier die halten das war das falsche Loch also ich darf die jetzt hinsetzen, wo ich will machen wir jetzt bei denen da rein zack 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 nochmal den großen Ohm rein Oh, ist gefährlich das ist gefährlich weee er liegt zwar in Führung, aber es sieht noch gut für mich aus und bei den 13 kriege ich dann nirgendwo rein also er könnte mit Bandelspielen hätte ich es aber hier oben hin gemacht guck mal, wir dürfen ihn verschieben Hahahaha Hahahaha hihihihi Oh, 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 bleib stehen. Okay. Der geht da oben rein. Hoffe ich. Ich glaube, so müsste es passen. Oder auch nicht. Mal schauen, was er jetzt macht. Liegt ja schon mal sehr gut. Oh, nice. Ah, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Oh, die Quest habe ich auch gleich fertig. Noch ein Spiel. Spiele 1-1. Wir sind noch in Las Vegas. Drei Spiele hintereinander muss ich gewinnen. Mal so. Und volle Pulle. Bam. Erstmal alles durcheinander bringen. Okay, ich habe die vollen. Ich habe die volle Macht. Er hat die halbe Macht. Hau, hau, hau. Nett. Dankeschön. Machen wir auch so hier. Und bam. Einfach reinknallen. Zack. Zwei Kuhln von mir weg. Aber nicht das richtige Loch. Das war das falsche Loch. Ha, ha, hau. Schön, 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 schön. Den kriegt er nicht raus. Der ist geblockt. Das ist gefährlich wegen der Acht. Aber er wird es schon machen. Da unten. Nein, nicht die grüne. Ich nehme die rote. Okay, müsste so passen. Ja. Bisschen mehr. Der soll ja nicht unterwegs verhungern. Da kommt jetzt der grüne rein. Hoffe ich. Ah, nicht ganz. So. Da oben. Da oben ist der orange, ne? Noch ein bisschen so. Oh, nein. Zweitgeräut. Oh, oh. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe noch die blaue. Ich denke, die geht da rein. Na gut, ich gebe Ihnen noch mal eine Chance. Ausnahmsweise mal. Krülle unten links rein. Ja, so. Ja. Mach einen Drill in deinen abweißen Kugel rein. Das nicht ins Loch geht. Ach, dieser Junge. nach oben. Und die kommen noch unten rein. Okay. Da braucht ein Drill nach links. Und da habe ich gewonnen. Du, 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 du. Level 10. Herzlichen Glückwunsch. Die ist in meiner Geri drin. Stefania. Hat ja fast den gleichen Arm wie ich. Okay. Ich habe einen Erfolg. Und ich habe meine Quest fertig. Zwei Quests habe ich fertig. Drei Siege hintereinander. Und meine 20 Kugeln einlochen. Wo sind die? Wo sind die? Hm. Ah, sind sie. Juppie. Voll. Ich denke, wenn ich nicht abholen, ich schweine rein. Ich brauche den Pullpass für 5 Euro. 10 Euro. Oder für 10 Euro. Hm. Dann holen wir nochmal schnell meinen Erfolg ab. Hm. Noch eine Quest fertig. Ssss. Zurück... Zssss. ich habe es über zwei sieg sieg einmal den verbessern kraft und ziele den kann ich ein paar mal verbessern das ist gut noch mal da habe ich doch mal hier ein sparschwein was ist mit denen wir müssen sich freikaufen nein ich brauche keinen pass ich bin auch ohne gut war das alles 39 punkte das war alles oder ja gut dann würde ich mal sagen spiel beenden ticket haben schon dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen viel spaß und auf wiedersehen schau schau schau